Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Dieses Video beginnt mit einer Gepäckmontage. Ich fahre mit der Honda SLR jetzt von hier aus direkt zum Düsseldorfer Flughafen, wo es dann weiter geht nach Rom. Was passiert in Rom? Wir werden in Rom starten und sage und schreibe zwei Tage lang mit Honda Rollern die Gegend erkunden. Also es wird sehr interessant und deswegen würde ich sagen, nehme ich euch direkt mal von Anfang an mit. Das ist unser Wintermotorrad, aber es hat Berechtigung, dieses Fahrzeug, weil ich hier maximal flexibel bin und dieses Motorrad so quasi als Rollerersatz nehme. 53 Minuten, 85 Kilometer. Früher habe ich alles mit dem Roller erledigt. Mit dem Roller im 125er Bereich bist du natürlich eher so der sehr Langsame unterwegs auf den Autobahnen Deutschlands. Hier ist natürlich auch ein größerer Hubraumideal, dass du dich einfach etwas flexibler und flinker fortbewegen kannst. Und hier befindet sich mein Parkplatz. Also genau hier. Ist das nicht geil? Das war's schon. Also die SLR kann hier schön parken. Das Ganze ist noch kostenlos. Ich hoffe auch noch lange nach diesem Video. Und ich packe jetzt einfach meine Tasche und gehe hoch zum Abflug. Nächster Stopp Rom. Ich bin jetzt in Rom und guck mal, was hier steht. Ich habe es schon angekündigt. Also wir starten mit den Rollern durch Rom. Nach vielen Jahren Rollerfahren. Back to the Roots. Und ich würde auch sagen, so diese Vorzüge des Rollerfahrens liegen ja schon auf der Hand. Kein Rucksack, den wir irgendwie am Rücken schleppen muss. Passt alles unter den Sitz oder ins Topcase. Hallo, guten Morgen. Gucken Sie sich diesen gut gekleideten Herren an. Es wird sehr warm heute. Und wir werden Rollerfahren. Wir werden... Das wäre gar nicht unser Motorräder. Was ist das? Wir nehmen die Fahrzeuge auf der anderen Seite. Oh mein Gott. Sicher? Mit Teppichboden drin sogar. Guck mal. Mit Teppichboden. Wenn es einem draußen zu heiß wird, kann man sich da reinlegen. Der ist nämlich klimatisiert. Morgen. Morgen, morgen. Bereit für die lange Tour? Ja, natürlich. Ja, sehr gut. Ich habe die Radhose drunter an, weil ich es sonst nicht aushackte will. Ich bin ja so lange Strecken nicht gewohnt. Das ist wirklich das Beste mit diesem Helmfach. Hier hat alles so Platz. Das ist so genial. Und dann das Topcase noch. Hammer. Also richtig gut. Bereift hier auf dem Metzler Karo Street. 350 Kubik. Upside-Down-Gabel von Showa. Der böse Blick hier vorne. Auch hier gibt es echt schon sehr viel einzustellen. Hier mit so einer Art Joystick. Kannst du Range durch Trip 1, Trip 2, Totalkilometer. Traktionskontrolle kannst du einstellen in zwei Stufen. Oder wahrscheinlich auch ausschalten. Okay. Ja, also alles am Start hier. Jetzt fahren wir mal los. Boah, ich fahre jetzt echt gerade. Es ist so cool. Ich sehe oft mal, wenn so größere Roller einfach so urlaubsmäßig ein bisschen aufgepackt sind. Das ist extrem relaxed. Es geht ja vorwärts. Das wäre auf jeden Fall hier meine erste Wahl. ADV 350. Vollkommen ausreichend. Günstig im Spritverbrauch. Und sieht auch noch richtig, richtig hot aus. Also von vorne. Hinten ist so ein bisschen so rundlich. Doppeldämpfer. Gutes Fahrwerk. Showa-Fahrwerk. Und auf ins Getümmel. Wir sind so eine ganze Rollergang hier. Richtig geil. Und das Ding geht ordentlich. Das ist super cool. Aber guckt euch mal an, was hier los ist. Das ist doch der absolute Wahnsinn. ADV 350. Und so unglaublich ruhig, wie das Teil hier fährt. Das ist echt genial. Das ist echt cool. Sitzbequem. Kannst dich hinten so ein bisschen so anlehnen. Die Sitzbank hat da so eine Kante dran. Ich bin jetzt hier in Rom im Megastore von Honda. Und habt ihr schon gewusst, dass der Marktführer bei den Rollern, was schätzt du jetzt, Honda ist? Design made in Italy. Und losgegangen ist es im Prinzip mit dem Rollerbereich SH 125. Und der war angelehnt an den SH 50. Das ist schon Jahre her. Dann ging es weiter. Neo Café Sports Classic. Das ist so der nächste Step, wo man gesagt hat, okay, wir designen auch jetzt Motorräder. Das war so die CB4. Die Basis von der sehr, sehr erfolgreichen CB650. Dann kam noch X ADV dazu, was im Prinzip wiederum die Basis ist für ADV 350. Und last but not least natürlich die mega erfolgreiche Africa Twin, die auch in Italien designt wurde. Das Ganze natürlich in einer engen Zusammenarbeit mit Japan, aber total krass. Also ich hätte es nicht vermutet, dass man hier so die Schwerpunkte setzt, dass hier so viel quasi designt wird. Jetzt haben wir nachher die Möglichkeit, mit den Designern auch noch zu sprechen. Ich schleife jetzt mal so ein bisschen hier rum, wie das hier aussieht. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Die Idee war, ein Offroad-Bike zu machen, so viel wie möglich kompakt und zentralisiert. Und von der ersten Stufe bis zum Ende hat das Auto viel geändert. Aber das Auto funktioniert am Ende sehr gut. Jetzt haben wir die Möglichkeit, die Schöpfer hinter dem Motorrad zu sehen. Die beiden Herrschaften sind verantwortlich für die wunderbare Afrika Twin. Und ich sage einfach Danke dafür. Designed in Italien. Mega cool. Und jetzt gibt es noch als Andenken ein kleines Foto für die Community. Wir haben jetzt hier lecker zu Mittag gegessen und jetzt geht es weiter auf unseren Rollern Richtung Meer. Und dann gibt es sicherlich noch ein leckeres Gelati am Strand, habe ich gehört. Das ist die Belohnung für eine über 200 Kilometer lange Tour. Also wird lustig. Da ist selbst das Fahren auf der Autobahn mega entspannt. Du kannst ganz relaxed irgendwie einfach hier lang chillen. Motormäßig, geräuschmäßig, hörst du fast gar nichts. So ein leichtes Surren. 150 gehen klar, auf jeden Fall. Und ich hatte das Windschild jetzt unten. Das kannst du aber hochstellen. Aber dadurch, dass es über 30 Grad sind, finde ich das sogar ganz angenehm, dass man so ein bisschen Wind um die Nase kriegt. So, wir verlassen die Autobahn. Jetzt geht es landschaftlich natürlich in die nächste Level. Super entspannt hier, bequem sitzend. Einfach hier lang zu cruisen. Sensationell einfach. Das ist so, so relaxed. Gute Reifen drauf, schönes Fahrwerk, was hier das alles mitmacht. Ohne zu mucken, ohne zu zucken. Hier befindet sich übrigens noch ein Handschuhfach. Und da, ganz unten drin, ist der Funkschlüssel. Jawoll. Hier unten wird getankt. So, angenehm eben, wegen dem niedrigen Schwerpunkt. Einzige ist halt, du hast hier keinen Durchstieg. Das ist bei dem SH350 anders gelöst. Da ist der Tank hinten. Fünf Liter Benzin auf 122,7 Kilometer. Stromme fahrweise, ich glaube, da kann man lassen. Was für schöne Straßen. Unglaublich toll. Ganz tolle Route, sehr angenehm zu fahren. Schön flowig, tolle Gegend. Auch hier über so die geflickten Stellen rollte einfach drüber der Gute. Auch wirklich ein gutes Match, die Reifenwahl hier. Das ist halt so ein Alleskönner und das passt einfach zu dem Roller hier. Und Spaß, ihr habt schon. Wahnsinn, Wahnsinn. Speeding auf der Autobahn. Herrlich. Reifen sind gute drauf, auf jeden Fall. Karo Street von Metzler ist hier montiert. Das sollte auf jeden Fall funktionieren. Und optisch gefällt mir der ADV 350 am besten. Aber nachher switchen wir mal um, sodass jeder einfach mal die einzelnen Modelle fahren kann. Forza 350, SH 350. Es gibt was zu tun. Wir fahren dann hier runter, diese kleine Straße. Dann machen wir hier, äh, hier diese kleine Straße. So. Hier ist das Fotoshooting. Und dann switchen wir noch um mit den Rollern. Und dann geht es hier weiter. Und hier gibt es Gelati Ice Cream. So, ich packe mal wieder alles ein. Das geht nämlich gleich weiter. Wir haben ja noch ein Stück zu fahren. Wir haben jetzt die Fahrzeuge gewechselt. Und das wollte ich euch mal zeigen. Hier natürlich richtig Anzeige, Geschwindigkeit, Drehzahlmesser, analog, digital. Hier alles nochmal. Und das hier ist geil. Elektrisch. Motorisierung ebenfalls der 350er Forza 350. So läuft das hier. 140, 70, 14. Genau wie beim ADV 350. Allerdings haben wir hier einen Diablo Scooter verbaut von Pirelli. Man sitzt etwas kompakter, hat etwas weniger Raum auf dem Roller, aber nicht unangenehm. Auch hier sitzt man schön drehende Lenker, fühlt sich etwas schmaler an. Und dann, sehr schön eben die zwei Rundeninstrumente. Läuft. Cool. Schild runter. Ja. Hört man dann auch sicherlich im Ton. Achso. So ein bisschen Schmutz hier auf der Straße. Cool. Geil. Taugt mir. Freue ich mich jetzt auf die nächsten Kilometer. Auch hier gibt es wieder eine Traktionskontrolle. Das ist natürlich witzig, aber ich denke der Hintergrund ist da ein anderer. Wenn du mit so einem Fahrzeug dann in der Stadt fährst, Kopfsteinpflaster, im Regen, im Alltag. Dann hast du natürlich da so ein bisschen Sicherheit. Auf der anderen Seite, ich meine der 350 Kubik, das geht gut. Aber es ist jetzt nicht so, dass man da Angst haben müsste, dass da irgendwas wegrutscht oder so. Aber man geht halt auf Nummer sicher und das ist ja auch in Ordnung. Ah, hier haben wir Kopfsteinpflaster. Eben hatte ich es noch davon, dass ich gesagt habe, naja, wie so eine Traktionskontrolle. Wenn das hier nass ist, dann bist du froh, wenn du so eine Traktionskontrolle hast. Bis zum nächsten Mal. Auf der Forza überzeugt, der wirkt etwas kompakter, mehr Roller. Ja, aber du machst Strecke damit. Das ist super bequem und was ich sensationell finde und es wirklich oft benutze, weil ich gerne auch mal ein Stückchen mit einem Offenversier fahre, ist die elektrische Scheibe. Ansonsten Bremse vom Bremsverhalten, vom Fahrverhalten her sehr ähnlich zum ADV 350. Obwohl der ADV 350 schon massiger ist. Also das ist hier handlicher. Auf der anderen Seite würde ich sagen, so mit einem Meter 80 fühle ich mich doch ein bisschen wohler auf dem ADV 350. Musik 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 Das kann was. Badehose vergessen. Ich würde sagen, das war jetzt eine richtig schöne Punktlandung zum Sonnenuntergang, aber da ist eben eine Wolke. Dafür frage ich einfach mal den Ralf, wie es ihm gefallen hat. Machen wir es doch einfach so. Ralf, sag an. Forza oder ADV 350? Also direkt nach dem Umsteigen hätte ich gesagt ADV 350. Jetzt, nachdem wir hier so mit 50, 60 irgendwie durch die Ortschaften und über die Landstraße gefahren sind, muss ich sagen, hat der Forza aber irgendwie auch seinen Charme, weil der bei all dem mehr Roller ist. Also der ist ein bisschen kleiner und so ein bisschen kompakter und der gibt dir so ein scooterigeres Gefühl. Vom Spaßfaktor muss man ganz ehrlich sagen, ist der Forza so klein und wendig, wie er ist im Vergleich. Schon eine Nummer. Und wenn es um Komfort gerade so ein bisschen auf längere Strecken geht, würde ich aber den ADV nehmen. Morgen geht es mit dem SH weiter. Wir beenden das Ganze auf dem SH und auf den bin ich sehr gespannt, weil ich gebe zu, ich bin den noch nie gefahren. Ah, cool. Ganz ehrlich. 16 Zoll, ne? 16 Zoll und die Nummer 1 in Italien seit Ewigkeiten. Total beliebtes Ding hier. Schmal, ganz flacher Durchstieg und so. Eine andere Nummer als die Teile hier mit dem relativ hoch gesetzten Rahmen und der sehr sportlichen Fahrweise. Wenn ich wählen dürfte, Forza bei mir. Ich sitze ein bisschen bequemer, die Sitzbank ist ein bisschen weicher, was meinem Arsch sehr entgegenkommt. Ansonsten, ja, ich habe einfach das Gefühl, man ist ein bisschen mehr ins Fahrzeug integriert, auch wenn das Fahrwerk nicht so top ist wie beim ADV. Und, ja, Stauraum ist dasselbe, also ich stehe auf dem Fahrzeug. Ich springe unter die Dusche und dann geht es direkt, direkt weiter für euch. Guten Morgen, Tag 2 der Italian Connection. Hinter mir stehen schon die ganzen Fahrzeuge aufgereiht. Gestern bin ich ja schon den ADV 350 gefahren und auch den Forza 350. Da bin ich mir noch gar nicht so schlüssig, welchen ich besser fand. Heute geht es dann weiter. Ich werde im Laufe des Tages noch den SH 350 fahren. Und was mich auch absolut interessiert, wo werden denn die ganzen Bikes gebaut? Ich möchte sagen, es geht in die Fabrik. Wir gucken uns einen Berg an. Wir gucken uns an, wo all diese Fahrzeuge von fleißigen Händchen zusammengeschraubt werden. Und da werden wir heute mal durchlaufen. Es wird spannend. Oh, das war jetzt wirklich eine kurze Fahrt. Und hier ist das italienische Werk von Honda. Ich bin jetzt hier in Italien im Werk. Das war sehr, sehr cool. Auf jeden Fall. Wir haben eine tolle Führung gekriegt hier in den Heiligen Hallen. Hier werden die Rahmen selber geschweißt. Hier werden die ganzen Spritzgussteile gemacht. Rahmen schweißen mit Robotern. Also wirklich so richtig krass. Mit einer eigenen Lackierlinie. Dann eben die Produktionslinie. Wir haben uns alles im Detail angeguckt. Auf jeden Fall würde ich euch jetzt an der Stelle mal die Bilder einblenden. nach der Saison. alle 90 sekunden rollt hier ein scooter vom band das erste fahrzeug was hier im werk gebaut wurde war die cb 125 und ja hier hinter mir gibt es die ganze historie von 1978 bis aktuell 2022 wo eben auch die roller produziert werden die wir jetzt fahren auch die designer die wir gestern getroffen haben arbeiten hier eng zusammen miteinander beeindruckend wahnsinnig viel info wahnsinnig komplexe sachen wenn man so irgendwie sag ich mal das leben in einer fabrik nicht gewohnt ist dann läuft man doch durchaus daran vorbei und denkt sich so boah wie kriegen die das irgendwie alles hin aber man darf nicht vergessen es ist in der regel ja immer nur ein kleiner teil alle abläufe das hat man dann auch in dem trainingcenter gesehen aber es ist beeindruckend also wenn man sich die schlagzahl überlegt 120.000 bikes wollen sie dieses jahr knapp bauen alle 90 sekunden läuft hier ein bike irgendwie theoretisch schon band so gesehen meine herren nicht so schlecht und das alles mitten in italien ein japanischer hersteller der mitten in italien ganz italien mit scootern versorgt und die nummer eins am markt ist das finde ich schon irgendwie beeindruckt in der hauseigenen gießerei sind spritzguss teile werden zum beispiel hier die gepäckträger halter gebaut oder die schwingarme die ganzen prüf zyklen passieren auch hier im haus also hier sitzt wirklich ein mensch auf dem roller und fährt diese zyklen ab für die euro 5 norm und selbst für die euro 5 plus norm die 2024 kommen wird die ist auch schon zertifiziert und abgedeckt so richtig laufen lassen allerdings sollte man nichts schweres davor zu mittag gegessen haben dann geht das so ein bisschen im magen rum unfassbar also ich kenne echt noch die zeiten also 10 zoll rädchen und so war das noch so relativ was kurven performance anging am roller wunderschön und jetzt hat gerade so ein bisschen getröpfelt aber ich glaube nicht dass mehr runterkommt nichtsdestotrotz kann man schon sehr sicher sein dass man hier guten windschutz und wetterschutz hat sitzt hier wirklich ja hinter dem beinschild das sollte normalerweise recht gut funktionieren bei dieser traum aussicht wechsle ich jetzt auf diesen wunderbaren sh 350 mit dem großen windschild was allerdings aus dem zubehör katalog montiert ist und diesen abweisern hier für die jeweiligen bremshebel montiert ist auch noch ein top case ich fahre wieder mit rucksack aber nur damit ich die gopro wieder befestigen kann und ja das helmfach ist hier so ein bisschen kleiner kann ich das mal zeigen aber der helm passt rein haben wir ausprobiert schon und was ich ganz clever finde hier die abdichtung vom tank hier ist ein gummi das ist auch nicht übel rief die 16 zoll räder hier auf metzler bereift und 140 70 16 auf dem hinterrad 110 70 16 am vorderrad eine scheibe vorne abs ist klar hier sitzt der wasserkühler drunter und werden hier eben diesen flachen durchstieg und der tank befindet sich im heck ich finde ich finde eben diese großen räder das wird sehr harmonisch harmonisch ja ihr dürft euch nicht wundern dass es nichts an eurem ausspielgerät defekt das ist nur die scheibe die etwas schmutzig ist und ich gucke wirklich komplett durch die scheibe durch auch hier gibt es wieder eine traktionskontrolle die aktiv ist oder die man abschalten kann ansonsten ist alles sehr karo einfach ausgerüstet und was halt cool ist ich empfahre jetzt hier mit 100% aufgeklapptem visier kann ganz normal mit euch glabern hallo hier sind die kühe und ja es ist aber so dass das echt gut fährt mit diesen 16 zoll rädern anders wie forza und adv die jeweils ein 15 zoll vorderrad haben und ein 14 zoll hinterrad haben wir hier 16 zoll vorn und hinten also es ist glaube ich schon in der stadt ein bisschen praktischer lenker abmaße das fahrzeug ist schlanker es ist kürzer kompakter ich bin gespannt wie sich jetzt diese fahrt entwickelt wie das ganze sich jetzt so gibt wenn man halt hier so ein bisschen mal probe fährt das sind nämlich noch 150 kilometer zu fahren das wird sportlich wieder es ist schon relativ spät und wir fahren ja richtung rom wieder zurück zum hotel hier gibt es jetzt noch einen kleinen getränke stopp und einen kleinen getränke stopp für die roller ich habe jetzt so das gefühl dass wir den gleichen speed fahren aber du merkst die geschwindigkeit gar nicht weil das windschild wirklich sehr sehr hoch ist die großen räder lenken gut ein aber es ist optisch nicht meins es ist optisch nicht meins da gefällt mir der adv 350 irgendwie am besten die schuhe mal anfangen ich war unkonzentriert ja der lenker ist ja genau also der ist ideal für die city der city sh und in der stadt ist er bestimmt großartig aber so unterwegs auf der landstraße hier mit mit kurven und bisschen engagement und fahren finde ich den ist nicht meins mir zu schmaler lenker und man kann an der scheibe nicht richtig vorbeigucken irgendwie durchgucken und wenn du dann fette dicke fliege drauf hast irgendwie so wie ich dann muss man immer nach vorbeigucken und dann ich mag ihn ganz gerne darf ich finde auch nicht schlecht bei ralf ist er auf platz 3 gerade na so würde ich es gar nicht sagen bei mir ist er glaube ich tatsächlich platz 2 ich würde sagen wenn du nur in der stadt unterwegs bist das ist das perfekte fahrzeug weil er deutlich wendiger ist finde ich und trotzdem aber in kurven stabiler durch die großen räder und ich finde es gar nicht so schlecht wenn man vorne ein größeres objekt wie einen zementsack wenn man eine baustelle hat daheim reinstellen kann einziger nachteil bisschen zu wenig stauraum unter der sitzbank für mich aber vom windschutz mit diesem optionalen windschild auch ganz mächtig also wenn man bedenkt dass das 1000 euro in österreich zumindest weniger kostet als der forza finde ich ihn ziemlich gut und in dem gesichtspunkt ist er fast nummer eins herz zu drei meinungen also ihr habt gehört wir machen jetzt noch ein paar meter vielleicht ändert sich nachher noch was ich finde es auch nicht schlecht so in den kurven mit den großen rädern aber wie gesagt optisch würde ich sagen adv auf 1 aber ich glaube wir sollten uns jetzt hier nicht auf dem ranking beschränken wir fahren einfach nach noch ein meter ist ein großes erlebnis gewesen weil man tatsächlich gelernt hat drei verschiedene roller die eigentlich alle den gleichen motor haben und die gleiche schwinge haben aber komplett anders fahren und komplett anders rüber kommen und das fand ich ziemlich beeindruckend und es war auch ziemlich beeindruckend mal so eine fabrik von innen zu sehen tatsächlich mit welcher akribie hier honda arbeitet und es war vor allen dem ziemlich cool diese designer kennenzulernen weil das waren alles total coole socken gerade wenn jemand mauricio carbonara heißt und die africa twin entwirft ich meine es mir geht gar nicht im leben oder alles in allem waren es zwei vollgepackte tage mit total vielen erlebnissen mich hat auch wirklich geflasht wie in dieser fabrik gearbeitet wird wie die fahrzeuge aufgebaut werden alle 90 sekunden ein neuer roller vom band und jetzt kommen wir mal zu dem zum schluss fazit adv 350 hat es mir komplett angetan und ich kann mir sehr sehr gut vorstellen mit diesem roller einfach mal eine längere tour zu fahren sh 350 das sehe ich mehr so das fahrzeug mehr so in der stadt wobei er auch alles ganz gut gemacht hat oder wenn man jetzt ein bisschen kleiner ist und vielleicht dann doch eher so wenig mitnimmt aber ab und zu mal die autobahn benutzt du kannst mit allen dreien toll im verkehr mitschwimmen adv oder forsa das ist hier die frage entscheidet ihr macht auf jeden fall mal eine probefahrt checkt das mal aus ich bin wirklich überrascht wie gut die neueste roller generation funktioniert wie toll das fährt danke für dieses erlebnis und ihr guckt euch um in der playlist abonniert gerne den kanal das ist kostenlos und wenn ihr möchtet sehen wir uns wieder in drei vier tagen in diesem sinne schüssi kowski bis dann die malz geht